Was Jennifer aber nicht ahnt. Schon während der Begrüßung ist ihr ein Fauxpas unterlaufen, den die Ladies nicht übersehen haben. Ich habe gesehen, dass deine Tasche auf dem Boden liegt. Und weißt du, dass es ein Sprichwort gibt in ganz vielen Ländern, dass wenn die Tasche am Boden liegt, dass das Geld davonläuft. Kennst du das? Nein. Ich hatte so halt, mich halt keiner auf den Boden gestellt bei mir. Und dieses Sprichwort, dass wenn die Tasche auf dem Boden steht, dass das Geld halt wegläuft. Und da habe ich jetzt gedacht, ja gut, das ist vielleicht wieder so ein Spruch, wenn man genug Geld hat, dass es dann wegläufen kann. Deswegen habe ich dir nämlich was mitgebracht. Wir nutzen das alle. Das machst du einfach hier auf und hängst deine Tasche an den Tisch. Ah, ich habe mich schon gewundert, was das ist. Das ist ja alles ausgestattet. Meine Tasche da? Genau. Das ist ja schön. Ich fand es total nett, dass ich dann halt diesen Taschenhalter von ihr geschenkt bekommen habe. Und ich habe es dann auch direkt die Tasche aufgehangen. Und die hing da echt gut. Das muss ich schon sagen. Und ich werde es auch jetzt öfters nutzen wahrscheinlich. Ja, so weiß man immer, dass die eigentlich da hängt, wo das Ding liegt, neben dir am Tisch. Und ich muss dich dann rein. Und ich werde es auch jetzt öfters nutzen. Und ich werde es auch jetzt öfters nutzen. Ja, so weiß ich, dass der Tasche ausgerüstet wird. Und ich werde es auch noch das Ding. Und ich werde es auch noch rausgehangen. Vielen Dank.